Wenn ich wirklich hier mich traue, über die Lava hier runter und dann über die Lava bauen. Neun Stück. Ich kann hier ja ein bisschen was abbauen. Da ist er. Der sieht mich nicht. Ne, der sieht mich nicht. Boah, sind ja viele Änder-Männer. Da habe ich recht. Um da rüber zu kommen, reicht das? Aber wenn ich dann da drüben bin und dann, da ist ja so, ja, da würde ich ja, ne, ich will halt nicht da hin. Ah, neun Meter. Da könnte ich da aber mich hochbauen. Dann wäre ich da drüben. Also das fühlt sich ja eigentlich besser an, wenn ich hier so nengst. Dann hier so, boah, ey. Okay. Ja, gut. So. Zacki, zacki. Zack. Die Änder-Männer. Können die nicht da verschwinden? 26. Damit fühle ich mich schon besser. So. Toi, 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 ja? Toi, toi, toi. Ach, Drachmorin, du bist ein Glückspilz. Oh, schaffst das schon. Jo, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Nicht so früh rein. Jetzt geh längs. Boah. Sag, äh, nein, ich will hier hoch. Ich will hier längs, aber ich mach hier zu. So. Ich hoffe, hier kommt keine Lava. Deswegen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier lande. Ich weiß echt nicht, wo ich hier lande. Nein, bisher sind sicher... Ja. Sicher. Ich hab das Gefühl, ich kenn das hier irgendwie, diese Gruppe. Oder wie man das nennt. Aber, äh, ja. Ich setz hier einfach mal immer ein Träger an, anstelle, mich hochzubauen. Da war einer mit den Armengrüsten. Ich greife mich nicht an, oder? Nein. Ich greife mich nicht an. So, wir sind jetzt hier. Wir waren eben... Wir waren eben... Eben da. Äh... Nach da in diese richtige Richtung. Dahin waren wir. Da ist einer mit einem Armbrust. Der... ...reif uns nicht an. Das wollte ich. So wollte ich das. Ich weiß nicht, was das eben für ein Schwein war, wenn der Axt da uns angegriffen hat. Kann man hier auch wieder rüber? Ach, ich wollte mal wieder hier ein... Wo ging das hier längs? Wo sind wir hier rausgekommen? Hier. Da. So, dann geht das hier runter, ne? Oder? So, bumm, bumm, bumm. Langsam müssen wir das ja auch... Wir sehen das Tor, ne? Oder? Boah, ey. Ah, Mann, ey. Beide sein, da sehe ich das. Nein, immer noch nicht. Mann, wo ist denn das Tor jetzt? Ich würde gerne noch mal kurz gucken. Was haben wir die? Eui, ei, ei. Aber hier, sowas haben wir doch bei uns gar nicht gesehen, oder? Das hatten wir bei uns doch gar nicht. Okay, gut. Ich werde diese Folge heute nicht mehr hochplanen. Dafür muss ich... Ah. Wo, wo, wo? Nein. Nein, 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 nein. Nicht jetzt hier ausrasten. Ach, Moring. Ja, schön. Ach. Ja, nee, ist klar. Dann auch noch die größten Monster hier. Verschwinde einfach. Ja, ist gut. So, hier kann er uns nicht mehr sehen. Gut. Der hat aber gar nicht schon viel zertrümmert hier, ey. Ähm. 100, ja, 330. Wir müssen in diese Richtung. Und in diese Richtung. Ja. Wollen wir doch... In diese Richtung müssen, ja. Wenn das Monster erstmal weg ist. Wenn das Monster erstmal weg ist, hier. Ja. Ist das erstmal weg? Oh, nee, ey. Ich mach hier erstmal mal... ...ein kleines... ...so dass wir da nicht durchkommen. Flieg doch mal weg, ey. Ja. Ist er weg. Okay. In diese Richtung dann müssen wir. Das ist schon mal... ...gut zu wissen. Da unten war ich eben. Manchmal bin ich auch... ...da. Da sehen wir wieder was. Das sieht sehr gut aus. 55. Sehr schön. Wie weit geht's hier runter? Ach, das ist der eine Lauerfall jetzt hier. Okay. Können wir den vielleicht ein bisschen eindämmen? Dann wird das unten auch weniger. Was? Ah, das war ja, das ist. Okay. Da war ich. Oh, das ist hier. Ich müsste eigentlich jetzt verschwinden da ein bisschen, ne? Wir müssen da... Wir waren doch eben da, ne? Wenn wir da längst gehen können, ich... Äh... Wo sind wir jetzt hier längst gegangen? Da. Wie sind wir da jetzt? Hä? Wie sind wir jetzt von da gekommen? Hier. Da müssen wir gar nicht längst... Wir müssen... Hier müssen wir gar nicht hoch... Doch ein bisschen verkehrt, aber... Kann ja passieren, ne? So, da. Ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt erkenne ich sie da. Wieso habe ich das vorhin nicht erkannt? Ja, wir sind gleich da. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Warte, wie kommen wir jetzt nochmal da hin? Hier? Ne. Hä? Ich kannte das hier. Ich erinnere mich. Aber wie sind wir? Hier? Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich glaube ich. Ja, guckt mal. Wir sind gleich zu Hause. Sehr schön. Überlänge diese Folge, aber naja. Gut. Ähm. Dann mal... Hier so. So. Ah, da war einer. Uuuuh. Uuuuh. So. Äh. Und jetzt? Hihi. Zu früh gefreut. Da hoch, ne? Ah, ja, ja. Ja, 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 ja. Genau. Ja. Äh. Wirklich? Hä? Da müssen wir hin. Ja, in der Mann, ich weiß, dass du mich anguckst, aber ich dich nicht. Nein. Du kannst noch so oft in mein Sichtfeld gehen. Du wirst es nicht schaffen, dass ich dich angucke. Dann muss ich hier was, äh, wegmachen. So. So, dann geht's hier längs, dann geht's hier längs. Da ist wieder Lava. Äh. Kann man aber eindämmen, die Lava hier. So, jetzt geht's hier wieder weiter. Okay. Äh. 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 Ja, okay. Und wieder so'n komisches Geräusch. Äh. Ja, okay. Und wieder so'n komisches Geräusch. Weil da ist doch das Tor, oder? Da nicht das Tor? Da, ich seh's. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Und da nix. Boah, hier mit nem Pferd irgendwann durch. Boah, aber nur mit Rüstung. Wir haben's geschafft. Wir sind gleich zu Hause. Ich will jetzt hier aber erstmal was. Sicheres aufbauen. Nach dahin. Offen. Ah. Da. Da offen sein, bitte. Ah. Da. Oh. 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 Na garminix. Gut. Kann hier aber hier ein bisschen. Boah, ist das hier skil, ey. Da ist Gold. Deswegen lasse ich das mal aus. Zack. Oh, nee, ey. Na oben hören wir dich auch ab. Ja. Dann machen wir noch mal hier. So. Und. Und. Oh. Oh. Na, na. Mir na sind da noch 3 hoch, oder? Das kann der hier auch nicht rein So Zack Boop Och du Scheiße Jetzt sind hier mehrere Aber wir sind wieder Zauber Wie geil ist das denn Oh schön 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 Oh war ich lange nicht mehr hier Wie geil ist das denn Ja eine Doppelfolge wird hier raus Eindeutig Von den Bienen dahin Oh wie geil Oh schön Yeah Wie geht zu Hause Aber keine Netherfestung gefunden Cool Also nicht cool Aber Da habe ich sogar ein Delfin Das gehört zum ersten Mal Oh nice Nice Wir haben echt noch nicht viel geschafft Hier habe ich das Gefühl So wo ist unser Lager Unser Lager Da müssen wir jetzt hier außen rum gehen Bei den Endermännern habe ich jetzt keinen Bock drauf Da müsste man irgendwie sowas machen Dass da Jedes Monster was da ist Erstmal stirbt Oder eine Falle einbauen Oder so Da sind ja echt viele durch Da haben wir schon gebrauchen Fürs Pferd Ach ja Oh ich war lange nicht mehr hier Boah Cool Lange nicht mehr hier gewesen Schön 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 Das war auch noch so Oh ein Auslager Ja wie geil Die Farben hier Wie nice Bezaubern kann man hier auch Wieder Oh yeah Oh yeah Oh yeah Essen In so einem Schiff Schön Willkommen daheim So ungefähr Lieber Drachen Morin Fehlt hier jetzt noch Mhm Da habe ich aber echt Das war spannend Das war sehr spannend Ja da wartet sie doch Ja 4.000 Block Innerhalb von 300 Block verkürzt Krass ne Kürger zwei Und Glücktes mehr als zwei Ja das War glaube ich Hebt sich ja auf Ne Genau Und hier Oh ich bin müde Es ist auch abends Wo ich jetzt gerade aufnehme Gut Äh Ja 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 Wo waren jetzt eigentlich Die ganzen Öfen Da Boah Hier war ich lange nicht mehr hier Ja Ja ich würde sagen Ich packe es hier erstmal Alles weg Wo haben wir denn den Eingesammelten Magma Block Das hier hat nicht auch Magma Block Ja Wie ein Granit Wo hatten wir die denn Eingesammelt Hm Aber wir haben jetzt Cloudstone Kann ich das ja hier mal Demonstrieren ne Wo demonstriere ich das Am besten mal So Äh Ja wie mache ich das am besten Ich wollte Ja So Den wir nehmen Dann wollte ich eigentlich Das war so mein Plan So Und dann Habe ich bestimmt noch Oder Weil ich ja heute Ich viele von Ah ne die hatte ich ja Ja Aber da hatte ich ja Irgendwie habe ich verbrannt So Ah ich habe es geschafft Hey Ach verdammt So bringt das natürlich nichts So So Wollte ich das haben Der hier kommt erstmal weg So Bringt das überhaupt was Worm denn hier alles Erleuchtung Erleuchtung Dann können mich die hier weg So jetzt ist die Frage Gehen wir zurück Sichern uns den Weg Oder machen wir erstmal hier weiter Äh Weil ich liebe dieses Pferd Das hat so Spaß gemacht Ah ich sollte es lassen Sonst können hier Monster spawnen Ich denke nicht nach Ey Ich mag keine Monster hier im Lager Aber es sieht eigentlich ganz cool aus Oder Also ich würde mich auf Level 30 irgendwie Aufleveln Irgendwie im Festland oder so Wieder einmal Richtung dann Ja Äh Die Dreier hier Erstmal wieder zurück tun Und dann Ähm Drei Stein Also die habe ich ja von da eben geholt Klar logisch So Äh Ja Dieses Feuerzeug können wir auch hier wieder rein tun Wo waren die so Papier ne Ja Jetzt So Ja ich war gerade Ich werde müde Merke ich Ich werde aufhören Und Ich werde gerne noch Netherwarzen Ich weiß nur noch nicht wie wo Die sind nur in Netherfestungen Karmelsinstiel Karmelsinstiel Der warzenblock Nein der passt ja jetzt zu Halloween Könnten wir ja Statt der hier hin machen Und zwar So Ja Das sieht doch schon mal besser aus Cloudstone Weil die hier hin Genau Cloudstone Cloudstone Kartoffeln Kürbiskuchen Kürbis So Den Weg auf jeden Fall sichern Irgendwie mit Ja Wie sagt man Mit Mehr Fackeln Mehr Beleuchtung Und mit Steinwegen Ne Mit Clustersteinen Oder wie man das nennt Kürbiskuchen kommt Kürbis So Ja Kleine kommt wieder nach oben Das Bett haben wir ja Ach das war noch das Bett von hier Oder Oh ja Den Bogen verzaubern Auf jeden Fall wieder Mal gucken Aber ich glaube nicht Dass da Stärke 5 rauskommt Ja Jetzt sind wir auch weit durch Äh ich glaube da brauchen wir Level 35 Aber hier Stärke nochmal Nee ne Stärke 4 Wow Woll ich nochmal einmal Ich glaube Ich weiß gar nicht Wie man die dann kombiniert Ich probiere mal aus Auf jeden Fall Probieren geht über Studieren Ne Haltbarkeit 3 Das ist schon mal cool So Bogen hätte ich gerne verzaubert Schlag Stärke 1 Haltbarkeit 3 Nee Wollen wir hier Auch Stärke 1 Effizient 3 Nee Effizient 3 Effizient 4 Okay Aber Nee Find ich nicht Bei Glück So Ähm Verzauberung Was war das Das hab ich eben gesehen Merke Gibt's nicht Stärke 5 Ganz kurz eben gucken Stärke 5 Erhöht Schaden Gegen Spieler Und Kreaturen Bogen Nur über Buch Am Zaubertisch So Achso He he Ja ich glaub Das war es In welchem Bogen Unendlich Einmal Unendlich Geht nur Am Buch Ne Ja Unendlich Genau Ja Gut Dann würde ich sagen Können wir ja Wieder Ein Bogen Ist unendlich Und Stärke 5 Wär echt Der Hammer So Stärke 4 Das hat schon was Ach ne Das bleibt Okay Dann geh ich jetzt nach oben Und dann sehen wir uns Beim nächsten Mal wieder Wieder auf der Insel Auf dem Vulkan Ich bin so froh Wieder hier zu sein Aber jetzt vermisse ich Mein Pferd Aber auf der Insel Braucht man kein Pferd Da brauchen wir Boote Und hier ist Gar Doch hier ist Ein Boot Und Hier ist keins Okay Gut Dann Ich komm mich jetzt hier Wir müssen hier Weiterarbeiten Bauen Aber ich werde über Nacht Dann irgendwie Mal ans Festland Und dann Leveln Hochleveln Und dann Mehr verzaubern So dass ich den Bogen Mehr verzaubern kann Und dann bringt das Leveln Spaß Dann bringt das Richtig Spaß Und so Ja wie geil ey Schön 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 Bis zum nächsten Mal Hier bei Minecraft Ciao Danke fürs Zuschauen Nee Ich bin Ja